Der erste Kontakt in der gynäkologischen Praxis ist gerade bei der ganz jungen Patientin enorm wichtig. Vertrauen aufzubauen, ausführlich und ausreichend aufzuklären. Gerade in Bezug auf Zyklen, die Periode, gibt es Probleme bei der Blutung, ist der Zyklus reguliert, was für Möglichkeiten der Zyklusregulierung gibt es. Die HPV-Impfung, die Gebärmutterhalskrebs-Impfung, die eine sehr wichtige und immer wichtigere Rolle spielt. 40 bis 50 Prozent der sexuell aktiven Frauen in Deutschland werden in ihrem Leben mit HPV-Viren in Kontakt kommen. Darüber sollte man ausführlich sprechen, aufklären, die ganz junge Patientin, genauso wie über sämtliche Formen der Verhütung, der Zyklusregulierung, individuell ein Risikoprofil zu erstellen, aufzuklären, was für Risiken, Probleme denn entstehen könnten und was es für Möglichkeiten für die Patientin gibt. Wir freuen uns auf Ihr Kommen und wir freuen uns, Sie behandeln zu dürfen.